guten morgen und herzlich willkommen zurück auf meinem kanal ja wir schauen heute mal in einem horrorspiel rein es nennt sich der park und mal schauen was uns in diesem spiel jetzt erwarten wird wir klicken jetzt auf neues spiel und schauen was passiert in my heart and mind i always returned to atlantic island park where's mr. bear i haven't seen mr. bear callum stay in the car go and ask information ach wir sind bereits schon da ja das ist unser kind der heißt ja wie heißt er denn herr namen los ok ja wir sind zu einem freizeitpark besuch atlantic island park attention the park is now closed please make your way to the car park at your earliest convenience callum was born the day this place open this is his favorite place in the world ja gehen wir einmal zur information aber schön hey Lorraine Lorraine don't blame yourself Lorraine people lose things all the time take a deep breath think about the last place you saw your son's teddy bear hey stop so wir suchen anscheinend jetzt unser es war eigentlich von unserem kind und teddy bear ja und ja das kleine ja irgendwas no name kind ist wohl jetzt in den park gerannt ja und ich vermute wir müssen den jetzt erstmal suchen ach da ist oder Das war's. Safe journey home. So, ich hab's soeben gesehen, dass es doch etwas... Oh Gott. Das Park. Was ist hier passiert? Es ist schön dunkel hier. Hallo? Lauf! Wir rennen einfach mal unserem Kind hinterher. Nein! Wir lassen das einfach erstmal außen vor, weil hier hinten ist unser Kind hingerannt. Und versuchen den jetzt irgendwie zu finden. Ja. Just a drunk guy in a suit. Stirb als Versager. Das ist sein Los. Okay. Gut. Oh. Falsche Taste. Ähm. Wie komme ich jetzt hier wieder weg? Jetzt. So. Fui. Aus. Ich muss bestimmt erstmal für... Ich muss erstmal für Mädchen. Mami needs to see you, Calum. This way, Mami. Was geht davon aus, wenn das... Das kleine, was jetzt so ist, zusammengekringelt hat. Wie hier. Komm mal, Mami. Das ist da irgendwo das Kind sein müsste. Da ist irgendwas. Jetzt bloß ein Floß. Okay. Calum. Stay where you are. Calum. Stay where you are. Da kommt ein kleiner Enter. Komm mal, Mami. Nee. Bevor wir dich jetzt suchen... Können wir einsteigen. Hallo? Darf ich rein? Stopp, Calum! Ja, ich möchte gar mit fahren. So. Vorma Ringelschwänchen. Also, wir sitzen nur ganz entspannt hier in der Gondel drin. Mal. Wunder. Barschen. Aus, los. Das ist Luise. In einer großen Herzen. Ja. In einer großen, in einer großen Verstöger. Hier war ein poorer woodcutter. Sonja und zwei Kinder. Er�� bang. Ein Mann, der Hansel. Und eine Frau, der Sitzel. Gretel. Sie waren sehr poor und hatten sehr wenig zu zacken oder zu spüren. Was werden wir von uns werden? der Woodcutter fragte seine Frau eine Nacht. Ich erzähle dir was, Frau. Wir werden die Kinder in den tiefsten Teil der Forst morgen und dort abandonen sie. Nein, Frau, ich kann das nicht tun, sagte der Mann. Dann werden wir alle vorstaufe, du fool. Hansel und Gretel überhörte ihre Eltern zu sprechen und Gretel begann zu weep. Do not fret, Gretel, Hansel sagte. Er greppte aus der Hutte und brachte white stones von der Grund, zu füllen ihre Pocken. Die Frau sagt sie, sie schützt sie. Und die Mutter sagt sie, sie werden nicht mehr Infos nach dem Herzen. Die Mutter sagt sie, sie haben, sie schützt sie, sie zu den Bedenken. When their father leaves them, the children wait a while, then follow the trail back to their parents' house. After receiving a thorough scolding from their parents for getting lost in the woods, the children are sent to bed without any supper. Hansel tried to sneak out and collect more white stones, but found that the door was locked. Tomorrow I will take them into the woods myself, the wife told the woodcutter. In the morning, their mother gave them a slice of bread and led them deep into the forest once again. Hansel broke his bread into pieces and left a trail of breadcrumbs to lead them safely home. But hungry-eyed birds snatched up the breadcrumbs and his trail was destroyed. Abandoned by their parents and unable to find the trail home, the children wandered in the forest for three days. The children stumbled into a clearing with an exceedingly strange house. Its walls were made of gingerbread and its windows were panes of clear sugar. Hansel, desperately hungry, ran forward and began to nibble on the walls. Nibble, nibble, little mouse! Who is nibbling at my house? An old woman emerged from the house, sniffing the air and peering around with cloudy eyes. Oh, you dear children, who brought you here? Just come in and stay with me. No harm will come to you. But Hansel and Gretel stayed back, for the old woman reminded them of their cruel mother. Come, children, don't be afraid. I have something for you. The old woman offered them two enormous lollipops. The children took them and began to eat. You see, nothing to fear here. Come inside, the old woman urged. And the children, still licking their sweets, followed. Au! Once in the house, the old woman changed. She stuffed Hansel into a cage. And put Gretel to work, sweeping and cleaning her hut. Your brother will make a good mouthful. The old witch told Gretel. Once he is fattened up, I shall feast upon him. Time passed and poor Hansel refused to eat. Fearing the day that the witch would eat him. The witch, for her part, grew impatient. Today I will cook and eat your brother, Gretel. Climb inside and light the oven. But Gretel pretended not to understand. I do not know how. Where is the opening? Fool, the old witch said. The opening is here. And she moved to show Gretel. Seizing her courage, brave Gretel gave the witch a shove. And the old crone tumbled forward into the oven. Gretel slid a large iron bolt over the door to the oven. Gretel freed her brother Hansel. And together they lit a fire beneath the oven. And though she screamed and begged. The children sat by the oven until her screams had stilled. And the witch was cooked. And then, because even children can survive on sweets, they divided up the body of the old witch and ate her. You must have definitely tasted good, right? But so really good. Well done. Well done. Okay. Lass mich. Guck nach vorne. Lass mich. Nein. Ja, fine machst du das. Ja, fine. also die geschichte doch noch gut ausgegangen so eine schöne reise aber unsere sohn ist immer noch hier irgendwo im Park Hansel und Gretel, ich habe es zu erzählen, wenn die Elektrizität verletzt wurde. Diese poor Kinder, die ganze Welt gegen sie, die Wurzeln, die Wurzeln, die alte Wurzeln, sogar ihre eigenen Eltern. Ich habe immer gedacht, dass Callum und ich die Kinder in dieser Geschichte waren. Nicht Mutter und Son, aber Bruder und Sister. Hand in Hand gegen die unkundige Welt. Wir waren immer wunderschön, looking for our own house made of candy, looking for the sweetness that could take the pain away. Hunger leads people to desperate, terrible places where the tree branches reach like gloss. Callum, where did you go? Wo kommt das jetzt her? Don't hide from me, Callum! So wie hier. Ach ja, ich habe ja Spaß hier. Alter. Ein anderes Erkrank. Dieses Ort. Äh, nein! Ich weiß nicht. Ich bleibe erst mal hier stehen, bis es... Ach, ist schon vorbei. Okay. Aber... Aber da hat er was im Auge stecken. Geht die Tür auf? Nein. Können wir die Tür wieder zu machen? Nein. Das sieht schon ein bisschen gruselig aus. Wir laufen mal ganz gekonnt weiter. Wir haben nichts gesehen. Alles ist gut. Jeder freut sich. Och. Die Wölfe fangen schon an mit Jaulen. Callum. Tell me where you are. Alter. Was? Hier lang? Also bin ich wohl doch auf dem richtigen Weg? Ah, gucke mal! Ja. Ja, damit wollen wir jetzt erst mal. Ding, dring, 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 dring. Das sieht doch schön aus. So schön dunkel. Alles klingt ja. Nun lag aber halt. Alles heh clips wieder an! OH! Lely? linear Bernamüva. Wurderscheinigung sacred. Was du und nicht auf salute der Ar usch, oder서도? Beschleunigt werden? Oder woher? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also hier kommen wir erstmal nicht. Mal gucken ob das Ding irgendwann anfängt zu rauchen. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Alle, die wir zusammengebracht haben, alle Wärme und Gute, die folgte, gebaut auf einem einzigen, traurigsten Denken. Konstante Kräste und 80er Musik. Ich glaube, es fliegt jemandem Boot. Können wir auch noch Autos guter fahren. Oh, die Hütte ist leer. Darf ich bitte raus? Danke. Schade. Oh, da leuchtet eins. Da vortecke mal. 1976. Tätigkeit der Abteilung. Kran-Personal. 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 Dich? Weil sich der Befestigungsriemen vom Truck gelöst hat, ist es doch nicht gleich getötet, ist doch trotzdem ein Unfall. Wurden die Arbeitsbedingungen behoben? Nein. Es war Voraussetzung, dass der Riemen immer wieder kontrolliert werden sollte. Gut. Oh! Oh, Alter! Ähm, Hilfe? Hilfe? Ähm. Alter, ist mir gerade kalt. Hab ich mich jetzt? Oh, oh, oh. Aber da scheint mich bestimmt gerade zu irgendeinem Weg zu führen. Alter. Ich hab gerade in meine Hose gekackt. Aber volles Kanonrohr. Heiliges Kanonrohrsagestier. Ich weiß nicht. 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 Ich würde lieber, dass du deine Schnauhe und mich schraubst. Aber in der Zeit sagte meine Hose, Ja, Sheriff. Das ist ganz schön laut gerade auf meinem Ohr, ne? Da ist ganz schön laut auf meinem Ohr. Da können wir ja zufällig rein. Nein. Trotzdem ganz schön laut auf meinem Ohr. So, dann kann man doch bestimmt auch Riesenrad fahren, ne? Wir nehmen mal eine kurze Abkürzung. Ciao! Muss man bestimmt wieder anhalten, ne? Hält's an oder muss ich... Ne, ich mach nur einmal. So! Da fahren wir mal eine Runde Riesenrad. Mal gucken, was uns jetzt hier erwartet. Da haben wir mal einen Überblick vom ganzen Park, ne? Sehr vertrauenserweckend. People kommen to your life for a reason. Dad used to say that before Mom ran off. After that, he mostly just drank. Things were different for Don and I. When we met, I was sweeping the floor at Susie's Diner. He came in with some workers, but he didn't try to flirt or cop a feel like the others. He just ordered a coffee and sat there, watching me. When my shift was over, he offered to walk me home. I don't know how to describe that walk. We talked and laughed and eventually kissed. It felt like love. It felt like a fairy tale. I can't tell you if Callum was made that night or one of the ones that followed. I think it has to be that night. That one perfect night. Don and I moved in together, but then, well, he died. According to the Supervisor, his safety harness failed when he was working on the top of the Ferris wheel. Don was there one moment and then gone. Sometimes people leave your life for no reason. I was three months pregnant with Callum. Fairy tale fucking over. Ja, das dreht ja auch immer noch. Äh, da steht ja jemand drin. Da hat gerade, habt ihr es gesehen, da hat gerade jemand gesteuert, ne? Da hat gerade, hier war doch gerade jemand drin. So, mal gucken. Spaß muss sein. Was der an Geschwindigkeit hinkriegt. Wie schnell das Ding fahren kann. Kommt nochmal. Komm, geht nochmal. Ja, kommt nochmal. Ja, geht nochmal. Ja, kommt. Ich denke, das wird wohl jetzt. Zeige, was war mein Schlag. Komm mal wieder, okay. Oh, ist das laut. Da muss man eigentlich bestimmen. Da muss man eigentlich bestimmen. Ja. Oh, hier liegt mir Kanten. Oh, hier liegt mir Kanten. Oh, hier liegt mir Kanten. A lot of people idolize their children. You hear them talking about their kids and just the way they talk. Their fucking voices make me want to vomit. My angel likes to read, and little Johnny is so good on the piano. Fuck those people! You give up nine months of your life carrying them. You traumatize yourself giving birth to them, and then you spend the rest of your life as their slave. Wiping asses, mopping a piss, feeding them. Little life-sucking monsters who take and take and take until... We all go insane. Any parent who pretends otherwise is just dishonest. That's called choice-supportive bias. I am honest. Callum really grinds my gears. And he owes me everything. Everything! It served the little fuck right if I just abandoned him. I always wanted to ride this one. And we got around to do it before. What do you want? What do you want? Wir müssen über Callum sprechen. Was bedeutet das? Was hast du mit ihm getan? Ich? Das ist schrecklich. Du und dein Junge sind alles, was dieser Ort nicht wollen. Die antithesis von dem, was wir stehen. Wo ist Callum? Der poor Kind. Er versucht so hart, zu tun, was er taught. Er hat sogar einen Schrauch von Bredkrumm. Aber der Park ist einfach so... ...hungry. Tell mir, wo mein son ist. Die Wälder hat ihn jetzt. Sie haben beide. Kein glückliches Ende hier, ich bin Angst. Just... Just leave me alone. Fool. Du war immer. Aport! Hustlake. Er... Okay... Uh... Okay... ich wäre jetzt hier ein kleines beischen machen denn ja der kleine muss doch mal ich würde sagen wir sehen uns dann gleich wieder dann ja wenn ich fertig bin ja dann bis gleich